Kein Spiel, keine Punkte. Das ist schon ganz schön bitter für die Fans des Bezirksligisten Solingen. Der schenkt seinem Rivalen, dem FC Remscheid, wichtige Punkte, weil er das Derby Anfang April abgesagt hat. Aus Angst vor neun Krawallen. Damit haben die Ultras den richtigen Solinger Fans wirklich einen super Gefallen getan. Oktober 2016. Prügel und Randale beim Bezirksligaspiel. Fans aus Solingen gegen Fans aus Remscheid in Remscheid. Mehr als 100 Polizeibeamte waren im Röntgenstadion im Einsatz. Solche Szenen hätte es beim Rückspiel nicht mehr geben sollen. Die Solinger hätten das ausrichten müssen, aber sie sind damit überfordert. Wegen der Krawalle, vom Hinspiel, kein Rückspiel, Punkte weg. Erstmal Wut und Ärger natürlich, weil das sind leider verschenkte Punkte. Wir stehen mitten im Abstiegskampf. Und dass dann so Sachen passieren, dass wir nicht spielen können oder dürfen, ist eigentlich für mich unbegreiflich. Es laufen so viele K.o. und rum, sagen wir mal so, und das ist schlimm. Manfred Neufeld und Jürgen Lademann sind von klein auf im Fußball aktiv. Sie lieben ihren Sport und ihren Solinger Verein. Erhöhte Sicherheitsauflagen bei Spielen, das ist vor allem ein Problem der kleineren Vereine. Die Polizei hatte Union Solingen zu einem aufwendigen Sicherheitskonzept geraten. Gebraucht würden Abspeirung, viele Beamte und Security. Es war im Vorfeld recht klar, dass die Sicherheitsvorkehrungen sehr hoch, sehr groß gewesen wären. Fans hätten getrennt werden müssen. Es hätte eine große Anzahl an Ordnern vor Ort sein müssen. Das stellt natürlich ein Problem für einen Veranstalter dar. Ihr Verein müsste für diese notwendige Sicherheit etwa 6.000 Euro zahlen. Viel zu viel für den kleinen Solinger Bezirksligisten. Und ihr kleines Provinzstadion hier ist für Spiele mit Krawallpotenzial einfach nicht ausgerichtet. Das ist einfach, wir kriegen unser Stadion praktisch weggenommen. Wir haben kein Stadion mehr in ganz Solingen, wo man so eine Spiele austragen kann. Und dann passiert sowas halt. Und zwar ist das deswegen, weil wir einen anderen Platz hätten aussuchen müssen. Das kostet Unmengen. Der Gastgebende Verein dann, wo man spielen könnte, der verlangt Miete für das Stadion. Und das können wir einfach nicht bezahlen. Man könnte das Spiel wieder im Röntgenstadion in Remscheid austragen. Das will der FC Remscheid aber nicht. Auch hier hat man wieder Angst vor Prügeleien zwischen den Fans. Irgendwie eine schlechte Tradition im Bergischen. Das ist Remscheid-Solingen oder Wuppertal-Solingen. Das ist komischerweise immer Theater. Auch früher schon in der Zweitliga-Zeiten oder Oberliga. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich finde das einfach blöd und schlimm. Aber es ist halt so. Ich weiß nicht, ich fehle mir die Worte. Und die Punkte fehlen den Solingern sowieso. Die müssen sie jetzt kampflos abgeben. Die müssen sie jetzt kampflos abgeben.